Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu Let's Play Divinity 2 Eko Draconis. Ich habe die Socken vergessen. Ungeschickt. Na, beim letzten Mal, also erstmal, ihr werdet jetzt wahrscheinlich ganz kurz ein Standbild haben, weil ich möchte nochmal ganz kurz was gucken, ob ich alles richtig eingestellt habe. Denn ich hatte ein paar Probleme mit den Grafikeinstellungen. Da hatte ich was falsch gemacht und deswegen, also die ersten Videos, den ersten Dings geht es, vor allem weil man da überwiegend spricht, aber das Letzte, sobald ich mich bewegt habe, hat man kaum was gesehen, weil es einfach so total verpixelt war. Ich schätze mal, ich habe das jetzt komplett behoben. Warte mal. Das war meine Maus, ich musste die Geschwindigkeit ein bisschen runtersetzen. Das ist für so Rollenspiele etwas angenehmer. Und ja, so, worum es in dieser Folge geht. Erstmal wollen wir uns um den schwarzen Eber kümmern und ich habe mir Gedanken dazu gemacht, wie wir unsere Steigerungspunkte verteilen und welche Fertigkeiten wir höchstwahrscheinlich nehmen werden. und in welchem Ausmaße. Also gut, denn lehnt euch zurück und genießt die Folge. Ich muss nochmal auf die Uhr gucken, soll ja auch nicht zu lang werden. Gut. Und mit Ihnen hier hatten wir gesprochen. Ihr Lieblingsgast im schwarzen Eber, was kann ich für euch tun? Ist im Gasthof wieder ruhig. Ja, die Gäste kommen wieder und es herrscht wieder eine gute Stimmung. Auf Wiedersehen. Naja, stimmt. Wir hatten ja letztes Mal die Raufbolde hier vertrieben, wo ich zuerst gedacht habe, jetzt kriege ich übels aufs Maul. Aber dem war wohl nicht so. Da kam der nette Leutnant. Ich freue mich, euch zu sehen. Überzeugt euch von meinem wahren Angebot. Oder könnt ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Da kam der nette Leutnant und hat uns, glaube ich, auch den Arsch gerettet. Ein Gefallen, sagt ihr. Was habt ihr im Sinn? Nur eine klitzekleine Angelegenheit. Aber sie belastet mich. Versteht ihr? Neulich habe ich eine Wache dafür bezahlt, einen Hasen zu erlegen. Ich habe ihn jedoch nie bekommen. Sprech die doch darauf an. Würde ich ja. Aber meine Statur ist nicht besonders einschüchtert. Ihr seht wie jemand aus, mit dem nicht zu spaßen ist. Redet mit dem Kerl, ja? Er heißt Kunrad. Oh, das ist, das ist verdammt gut, weil, also, eigentlich, ähm, ist es ja nicht blind bei mir, ne? Aber bei dieser Quest erinnere ich mich nicht mehr so richtig. Das heißt, die Quest werde ich wohl wirklich entscheiden müssen. Ich denke mal, das ist so eine Quest, wo man, äh, wo, wo vielleicht jemand lügt. Und dann muss man das herausfinden. Und dann muss man auch schwierige Entscheidungen treffen. Ich sag dir, Stern, ich hab ihn mit eigenen Augen gesehen. Ach, der Typ wieder. Dann reden wir mal ein bisschen weiter. Ja, dieser Krawallmacher sind weg. Jetzt kann's endlich mal... Ein Drachentöter. Hätte nie gedacht, die anzusehen. Habt ihr in letzter Zeit ungewöhnliche, große Echsen gesehen? Kann ich nicht behaupten. Und das ist gut so. Was hält der denn da? Oh, Junge. Ist ja etwas Interessantes zu berichten. Der sollte zur Mine gehen. Dort hat man eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Wir haben im Stollen einen altertümlichen Schrein gefunden. Okay, das müsste ich mir dann angucken. In einer alten Mine. Tut gut, im schwarzen Eber zu sitzen. Ihr habt nicht zufällig einen Drachen gesehen? Doch. Als ich von der Mine zurückgekommen bin, ist er um den dunklen Turm herum geflogen. Ja, der große Festungsturm in der Nähe des Tempels. Ihr seid sicher lieber... Ihr seid sicher lieber hier als in der Mine, oder? Im Moment ist mir in der Nähe der Mine etwas mulmig. Wir haben einen verborgenen Schrein gefunden. Und ehrlich gesagt macht ihr mir Angst. Wie? Junge, es ist wirklich gut, aus dieser stickigen Mine raus zu sein und vor allem in die möglichen Feuer zu sitzen. Also, Fazit, die Mine müssen wir auf jeden Fall mal besuchen. Kann man sich eigentlich setzen? Das wäre der Himmel auf Erden. Seid gegrüßt. Wieder am alten Platz. So ist es, Drachentäter. Wir beide sind dankbar, dass diese Subköpfe weg sind. Deswegen verraten wir euch ein Geheimnis. Kennt ihr den Müller? Er hat einen Keller, der immer abgesperrt ist. Den Schlüssel hat er in einem Kessel. Fragt nicht, woher ich das weiß, aber es ist die Wahrheit. Vielleicht findet ihr dort was, wenn er mal wegschaut. Okay, beim Müller vorbeischauen. Er hat seinen Schlüssel im Kessel. Und dann gibt es Blut. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich bin ich kein Dieb. Habt ihr am Himmel etwas Merkwürdiges gesehen? Nicht wirklich. Aber Olli, der spinnt. Angeblich hat er einen Drachen gesehen. Ich bin klarer im Kopf als du. Ich hab das Ding gesehen. Aber klar doch. Und ich bin von einem Eichhörnchen verfolgt worden. Ich weiß gar nicht. Wenn man bei uns jetzt sagen würde, dass man einen Drachen gesehen hat, dann verstehe ich ihn ja. Das ist ja höchst unwahrscheinlich. Aber in dieser Welt von Rivellon, wo es ja wirklich Drachen gibt, ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich. Deswegen. Mit ihm hatten wir jetzt so. Oder so schon gesprochen. Deswegen würde ich dem ein bisschen mehr Gehör schenken. Könnt ihr bitte einen Schritt beiseite treten? Ihr versperrt mir die Sicht. Oh, komm. Gibt's hier noch mehr? Warte mal. Ich konnte auch hier die Kiste. Aber wäre das Stehlen? Wäre das Clown? Ich glaube nicht, oder? Das ist egal. Keiner sagt was? Keiner sagt was. Okay. Nach oben. Oh. Nee, nee. So sind wir nicht. War mir ein Vergnügen. Ich glaube, ich sollte euch belohnen. Ja, das ist häufig so. In Rollenspielen. Dass man halt der Arsch sein kann. Und jetzt eine Gegenleistung möchte. Was ja gar nicht so... Ne? Aber man kann auch anders sein. Und man kann hoffen, dass die Person darauf eingeht, dass man vielleicht doch etwas haben möchte. Oder sie einen von sich aus belohnen möchte. Und das ist häufig so, dass sie es dann tun. Gut. Wenn sie es nicht tun, dann hake ich meistens auch nach. Es sei denn, es gibt diese Option natürlich nicht. Schon gut. Ich kann es doch nicht die Jungfrau und Nöten hellenhaft retten und dann dafür Geld verlangen, oder? Ich bin mir sicher, Tim wird mir etwas geben. Ja, natürlich. Er wird auch erleichtert sein. Ja. Gehen wir mal zurück. Ich glaube, das war der Händler unten. Hier ist auch Tim, oder? Der Lieblingsgast im schwarzen Eber. Was kann ich für euch tun? Hä? Auf Wiedersehen. Ach ja, er hatte mich eigentlich schon belohnt. Ich vergaß. Da muss ich das... Nehmen. Ich weiß gar nicht, wäre das Clown? Ich glaube, so offensichtlich machen wir das mal nicht. trankt der sehr geringen Heilung. Halt innerhalb von 5 Sekunden 4 und... Ach, 74? Das ist... Was mal eine gesamte Gesundheit. Oder geht es auch um Geschwindigkeit der Heilung? Dann ist es natürlich... Ich weiß ja nicht. Ist auch so eine Sache an Divinity, ne? Man muss halt einfach alles durchgucken. Alles. Alles. Wo bist du denn? Nachdenken über was? Seht ihr diesen riesigen Wildschweinkopf über den Kamin? Dieses Biest terrorisierte das Tal und tötete zahllose Jäger, bis ich es vor einigen Jahren erlegt habe. Aus diesem Grund bin ich der beste Jäger von ganz Rivellon. Und jetzt den Fort. Mit Anfängern rede ich dich gern. Was ist das denn für ein... Alter Junge. Okay. Ich bin... Ich bin kein Mann und in diesem Fall eine Frau der Worte, ja? Ich zeig ihn schon, wer der bessere Jäger ist. Ja. Guck dir das mal an. Hat zwar bis jetzt nur Wildschwein... Ja, Wildschweine getötet. Wo ist denn der Kopf? Hängt der da... Da unten? Eiei. Eiei. Egal. Ich zeig ihn schon. Wer der bessere ist. Ups. Warte mal. Es war auch irgendwas mit Quest verbunden. Meine Jagderfolge vermutigen... Kann ich das nicht lesen? Benutzen. Achso, das... Okay. Es gibt ja auch immer so Bücher, ne? In solchen Spielen. Ich habe nicht vor, immer jedes Buch zu lesen, wenn es gerade erscheint. Denn es gibt ja wirklich viele Bücher in diesem Spiel. Und vor allem am Anfang gesetzt. Ich werde das vielleicht so machen, dass ich in einer Pro-Runde ein Buch lese. Ich glaube, das ist ganz angenehm. 369 Goblins. Und es werden mehr. Irgendwann werde ich auch den letzten dieser Drecksdinger in unserem einst so schönen Land töten. 369. Das ist eine gute Zahl. Stimmt die? Ich hoffe. Immerhin zahlt Richard sehr gut für ihre Herzen. Okay, wir kriegen also Geld für Goblin-Herzen. Richard, den kennen wir ja schon von irgendwo, dass er ein Arsch sein soll. Müssen wir mal hin. 19 Hasen. Vor kurzem habe ich Gerüchte über einen Killer-Karnickel gehört. Was für ein Unsinn. Ah ja. Ahahaha. Ich erinnere mich. Das ist ziemlich lustig. Das werden wir irgendwann mal machen. Irgendwann. Dann werde ich es euch zeigen. Aber ich spoiler euch nicht. Wenn ihr euch auch nicht wirklich spoilern wollt, dann lasst es. Wir werden es irgendwann am Ende hin machen, wenn wir eigentlich richtig krasse Ficker sind und alles weghauen. Dann werden wir mal das Killer-Karnickel holen. Das ist ziemlich lustig. Ein schwarzer Reiseneber. Was für ein Erfolg. Das macht mir niemand nach. Ich bin der unumstritten Bestjäger im Trümmertal. Jeder, der am Gasthof zum schwarzen Eber einkehrt, hält in Ehrfurcht in der Unbewohner den Kopf der tödlichen Bestie. 56 Untote unter der Erde, auf der Erde, unter der Erde, auf der Erde. nerfige Dinger. 56 Mal habe ich einen Untoten unterlegt und jedes Mal war es mein verstorbener Schwager. Okay. Verfluchter Beleger und seine verfluchten Scherze. Hm? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also Bücher sollte ich vielleicht doch mal mitnehmen. Nicht unbedingt Nahrung, das ist... Ich bin kein Schnurrer. Hallo? Kisten. Und wenn es halt auch nur ein Trank ist und wir 10 Dinger durchsuchen, das lohnt sich. Das Gute hier in diesem Spiel ist ja, dass die sich die Dinger so schnell öffnen lassen. Wo haben wir denn da? Hm. Erst mal gucken. Oh, meine Stufe zum Schlösserknacken reicht nicht aus. Wo nicht? Wäre das denn Clown? Wäre aus Thun Clown? Würde... Würde jetzt... Warte mal, ich speichere mal. Es juckt ihn einfach nicht. Okay. Guten Tag, junger Drachentöter. Was kann ein Mann der Medizin für euch tun? Sagt, warum tragt ihr diese merkwürdige Kopfbedeckung aus Kopfer? Ganz einfach, als Schutz. Habt ihr Angst, dass hier man euer Gehirn... Nee, als Schutz, wofür genau. Vor hinterlistigem Gedankenlesen. Wie viele Leute haben diese hinterlistige Gabe? Nicht viele. Eigentlich nur Drachentöter und Drachen. Ich probiere es mal. Ah, 133 EP. Ah. Wenn man bedenkt, dass Drachenfass ausgerottet wurden und es nur wenige Drachentöter gibt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass jemand eure Gedanken ließ. Nur noch habt ihr dieses sonderliches Gerät konstruiert. beheimlicht ihr etwas? Oh, nein, 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 jemand könnte wertvolle Rezepturen für Medikamente stehlen. Ja, das ist der Grund. Ich mach's einfach mal. Dieser Versuch versetzt euch einen fiesen, kleinen, elektrischen Schlag. Ja, das Gerät funktioniert. Pech gehabt, Drachentöter. Es funktioniert also wirklich. Aber natürlich. Was hat er denn? Dr. Narnmann liegt euch weder zu Füßen noch hegt er einen Groll gegen euch. Dementsprechend unspektulär gestalten sich auch seine Preise. Okay, also kaufen würde ich jetzt nicht unbedingt. Teuer. Obwohl, ich hab 610. Oh, nicht schlecht. Ah, man kann jede Menge Tränke kaufen. Tränk für sehr geringe Belebungen. Stellt ihn halt von 50 Malerpunkten wieder her. Sehr geringen Heilungen. Tränk der stärkeren Heilung. Ne, der Stärke. Ah, okay, ich würde hier eher so Sachen kaufen. Und zwar ein paar Maler Tränke. Ich denke mal, die werden am Anfang ganz nützlich sein. Ich wüsste nicht, wofür wir sonst unser Geld investieren sollten. Gehen wir mal hoch. Ich merke schon, die Folge könnte ein bisschen länger werden. kann auch alles nebendrücken. Oh, ein Smaragd. Ich liebe Smaragd, wisst ihr das? Ich spiele auch schon, habe damals mal mit den Gedanken gespielt, einfach irgendwann, einfach wenn ich, okay, sind beide zu dicht, die Batzen dazu habe, ja, dann werde ich mir einfach eine Halskette holen mit einem Smaragd. dran. So ein aus, ich weiß nicht, wo kommen die her? Aus Südamerika, glaube ich, kam die, ähm, die Grün-Smaragde, halt so wie der auch eben aussah, so die klassischen. Ich mag Smaragde, ich weiß nicht wieso. Egal. Dann wollen wir, dann wollen wir mal gucken, wie es um die Fertigkeiten und um die Steigerungspunkte aussehen. Zuerst werden wir uns auf die Fertigkeiten, äh, konstruieren, konstruieren, konzentrieren, ich habe das Wort, und ich habe da ein bisschen nachgeguckt. Ich habe, ich habe mal geguckt, ich habe eine Sache nachgeguckt, und zwar wie viele, ähm, Fertigkeitspunkte man nachher hat, wenn man halt nicht mehr wirklich weiterlevelt. Und das sind mehr als 60. Ich glaube, weniger als 70. Es kommt auch darauf an, wie viel man im Endeffekt wirklich schafft. Zuerpriester ist so dieser Nekromant. Was heißt Nekromant, Totenbeschwörer, was weiß ich. Also, er beschwört Wesen, macht sie stärker durch, äh, Verbesserung der Attribute. Aber er kann, hier ist ein ganz, ganz, ganz guter Effekt, glaube ich, und zwar Blenden. Blendet Kreaturen unter, äh, bis zur Stufe 20 für 60 Sekunden lang. Das kann richtig gut sein, gegen, zum Beispiel, wie man hier unten in diesem Video sieht, gegen Trolle oder sowas. Vielleicht setze ich da auch mal einen Punkt rein. Und, äh, das hier weiß ich nicht, ob ich das später nutzen werde. Und zwar, indem ich Mana, äh, Leben im Mana umwandle. Je nachdem, wie der Bedarf später ist. Ob ich wirklich sehr, sehr wenig Mana habe und viel zu viel Leben. Und das hier könnte vielleicht ganz interessant werden, wenn wir später selber unsere Tränke brauen wollen, könnte das hier wirklich, äh, hochgeskillt werden. Äh, ich denke drüber nach. Und hier unten, Dämonen beschwören ist eigentlich ziemlich gut. Die Viecher können ganz schön viel. Und vielleicht skillen wir das auch, äh, ein paar Punkte höher als eins. Wenn es, das ist so ein Spell, wo ich sage, den skill ich vielleicht sogar auf fünf, wenn die Punkte dafür übrig sind. Aber das ist halt so ein, äh, sekundärer Spell, den ich nehmen würde. Hier drüber habe ich lange nachgedacht, ob ich ein dieser Spells hier mit reinnehmen soll. Ich habe ja zuerst gesagt, dass ich so eine Mischung aus Magier und Waldläufer werde. Und ich bin tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, dass ich es nicht machen werde. Einfach aus dem Grund, weil als ich beim Waldläufer geguckt habe, hat dieser einige Spells, die man zwischen den Schüssen ganz gut, äh, ganz gut setzen kann. Ähm, das hätte ich auch so mit den Fähigkeiten hier vor, zwischen den Schüssen eine Fähigkeit setzen. Zum Beispiel die hier. Ist da ganz, ganz gut, denke ich mal. Aber, ich weiß nicht, wenn wir später nicht unsere Dings hier mit, ähm, Zerstörung, dass wir zusätzlichen Schaden machen und all den Schmarrn, äh, wird das, glaube ich, nicht so viel bringen, da wir eigentlich hauptsächlich Waldläufer sind. Und wenn ich so bei Bögen gucke, sind das schon einige Effekte, die, ähm, ganz wichtig, also ganz, äh, wichtiger sind, als die Fertigkeitspunkte hier reinzusetzen. Das hier wäre so ein Ding, was ich setzen würde, wenn ich wirklich zum Schluss, wenn die Sekundären auch alle gefüllt sind, vielleicht mal so mit einbringen würde. Aber ich bin mir da total unsicher. Da muss man mal gucken, wie das Spiel so wird. Heilung. Heilung ist, glaube ich, etwas, was ich auf jeden Fall nehmen werde. Denn Divinity ist verdammt hart. Man kriegt übelst aufs Maul, ab und zu, vor allem gegen Bossgegner. Und das ist einfach so wichtig. Genauso wie hier rechts daneben, Regeneration. Äh, ich weiß nicht, inwiefern es sich lohnt, aber die Regeneration hier in diesem Spiel ist allgemein relativ kacken. Und deswegen, denke ich mal, werde ich da auch Punkte reinsetzen. Äh, ich habe hier keine Mana-Regeneration gefunden. Das finde ich verdammt schade. Nur halt dieses, wo man seinen Mana opfern, äh, sein Leben für Mana opfern kann. Aber das weiß ich nicht, ob ich das nehme. Halt schon gesagt. Je nachdem, ob mir, ob ich zu viel Leben habe und zu wenig Mana. Gut, ansonsten, Krieger interessiert uns nicht wirklich viel. Lebensentzug. Äh, Ah, ne, ne, für Nahkämpfer. Das ist für uns total unentuskrant. Oh, ich glaube, ich glaube, ich war, ich erinnere mich so ganz leicht, dass ich das damals als Bogenschütze geskillt habe. Mhm. Super. Ich habe damals auch nie was durchgelesen. Deswegen muss ich jetzt halt, muss ich jetzt halt alles lesen. Zur Waldläufer. Gift Pfeil. Das ist so ein Spell, wo ich tatsächlich sage, den kann man ganz gut mal zwischen den Angriffen setzen. Genau, ähm, der halt im Endeffekt bewirkt, so wie ich ja auch schon gesehen habe. Oder ihr wahrscheinlich nicht, weil das so verpixelt war, was mir wirklich leid tut. Ähm, Stunt den Gegner ganz kurz, also hält ihn auf, dass man einen Schuss mehr rauskriegt und der Schaden sieht ganz, vor allem für den Anfang, ganz gut aus. Überraschung. Äh, das ist Rüstungssichtdringung. Das würde später erst Sinn machen. Denn anfangs haben die Goblins und so ja nicht so viel Rüstung. Denke ich mal nicht. Aber später gegen, äh, vor allem gegen Bossgegner ist Rüstungssichtdringung höchst, äh, verdammt gut, denke ich mal. Deswegen, das wird wahrscheinlich auch so etwas sein, was wir komplett hochskillen werden. Um unseren Schaden zu erhöhen. Und hier kommt das nächste, Stärke des Waldläufers. Da erhöhen wir unseren Schaden prozentual, wie wir hier sehen. Das ist, äh, das kommt auf jeden Fall komplett hoch. Das ist verdammt wichtig. Hier der nächste, Betäubungspfeil. Das ist wieder so ein sekundärer Spell. Äh, das kann man bestimmt ganz gut kombinieren mit Blenden. Und zwar ist das ein Stun so ziemlich. Vier Sekunden, vier Sekunden ist viel. Ne, aber wenn die Gegner sowas wie Zähigkeit haben, das heißt hier kräftiger Körper, dann hält das nicht ganz so lange. Und vielleicht müssen wir das, je nachdem, wie es sich später anfühlt, höher setzen. Auf jeden Fall ist das ein Spell, den ich sehr früh auf jeden Fall skillen werde, um ihn zu haben, damit ich Gegner betäuben kann. Das auf jeden Fall. Wie hoch ich ihn skillen werde, wird sich im Laufe des Spiels zeigen, ob mehr Stunndauer nötig ist. Heimlichkeit, äh, ich weiß nicht. Das ist so ein Spell, wo ich mir denke, ja, warum? Das, was hier steht ist, wenn ihr euch einen Gegner mit eurem Bogen nähert, kommt ihr unbemerkt 14% näher heran als normal. Ich weiß nicht, warum man, warum ich das brauchen sollte. Vielleicht ein Punkt reinsetzen, damit ich die Möglichkeit habe, besser zu schleichen. Ich weiß nicht, da muss ich halt wirklich mal gucken, ob ich sowas überhaupt brauchen würde. Da bin ich mir halt total unsicher. Trankwirkung, und das ist auch so ein Ding, wo wir vielleicht sogar alle Punkte reinsetzen werden, wieder so ein sekundärer. Aber würde ich zum Beispiel noch über Dämon setzen, wahrscheinlich. Denn die Trankwirkung zu erhöhen, ist mit Sicherheit ganz wichtig und auch extrem wichtig, um vielleicht einen Kampf im Vorteil zu haben, durch einen Trank, durch einen Trank, dass man einen Angriff überlebt, der einen sonst umgebracht hätte. Deswegen, und vor allem spart das enorm viel Geld und nachher Kosten, wenn man sie sich selber braut. Das hier sieht für mich ganz interessant aus, aber, also hier, ausspalten, eine Pfeile. Ich weiß nicht, wie sich das auswirken wird. Ich werde da auf jeden Fall einen Punkt reinsetzen, um das mal auszuprobieren. Aber ich weiß nicht, wie es sich auswirkt. Weil wie wir hier unten links sehen, ist das nicht so, dass wir auf drei oder vier oder was auch immer Gegner aimen, sondern die, der Pfeile zerstreut sich. Wenn das natürlich eine Masse an Gegnern ist, kann sie zufällig, und da ist der Punkt, zufällig mehrere Gegner treffen. Ich weiß nicht, inwiefern, wie gut das ist. Vielleicht kann man das ja so beeinflussen, dass es wirklich gut ist und dass es zu meinem Spielstil passt. Dann werde ich da auf jeden Fall mehr Punkte investieren. Ausweichen. Das ist noch schlimmer als das hier. Und zwar ist das komplett zufällig. Ich mag sowas nicht so. Keine Ahnung. Klar, wir werden da höchstwahrscheinlich einen Punkt reinsetzen. Warum sage ich eigentlich die ganze Zeit, wie ich werde da einen Punkt reinsetzen? Einfach, um eine Wahrscheinlichkeit zu haben. Denn die Wahrscheinlichkeit an sich ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich noch höher stellen sollte. Weil ich als, wenn ich als Bogenschütze von Nahkämpfern getroffen werde, mache ich so oder so schon was falsch. Wenn ihr versteht, was ich meine. Explusionspfeil. Den kenne ich noch vom Frühjahr. Ich habe ihn geliebt und deswegen werde ich ihn auch komplett hochskillen. Das ist ein Pfeil, der Flächenschaden macht und der richtig Wumms hat. Hier, Weg des Waldläufers. Das hier ist so ein, ähm, ja, so eine Abrundung, kann man sagen. Die, das verbessert all unsere, ähm, Attribute, um besser zu werden als Bogenschütze, um mehr auszuhalten, was weiß ich. Und das hier aktivieren wir. Das ist auch ein Spell, wie man hier unten links sieht und dann sind wir vor kurzer Zeit einfach so was wie in einer Art God-Mode. Ich denke mal, da werden wir auch, je nachdem, wie es sich anfühlt, wenn es wirklich viel bringt, werden wir es sehr, sehr hoch skillen. So, hier ganz rechts, uiuiuiui, ist das aber viel gelabert, die Folge wird aber sehr, sehr lang. Ist der Drachentöter? Ja. Ähm, hier, das hier kann man höher skillen, das interessiert uns alles aber gar nicht, weil davon nichts mit Bogen zu tun hat. Ich werde nicht mit einem Schwert rumlaufen. Das heißt, hier so ein, äh, Fäuste, ja, warum sollte ich mit Fäusten kämpfen? Einhand. Ah, für Duelle oder so, ne? Oder? Naja. Hier. Gedanken lesen. Dass es weniger Erfahrung kostet, das könnte vielleicht ganz interessant sein, wenn man das komplett hoch skillt, denn, äh, anfangs würde ich es noch nicht machen, denn wie man sieht, so 33 EP oder 100 EP, davon 15% ist nicht so viel, aber ich weiß, dass später sowas lesen, kann schon mal mehrere tausend kosten. Und dann machen solche Prozente natürlich viel aus. Das heißt, mit der Zeit werden wir da immer und immer mal wieder einen Punkt reinsetzen, um das Gedankenlesen wirklich häufig zu nutzen und so viel davon mitzunehmen, was es an Vorteile bietet. Denn ich mag den Spell eigentlich wirklich. Weisheit, könnt ihr vergessen. Ähm, das wäre eine komplette Mathematikfrage. Und zwar, wir bekommen ja mehr Erfahrung, investieren dafür über Fertigkeitspunkte und brauchen wieder mehr Erfahrung, die wir eigentlich durch den Spell bekommen sollten, um mehr Level zu kriegen, um dann wieder mehr Fertigkeitspunkte zu haben für die anderen Spells. Erfahrungspunkte sind eigentlich in Divinity Ego Draconis ziemlich Mangelware, aber ich habe gehört, dass in Flames of Ventions die ganzen Monster respawnen und von daher ist da schon genug Erfahrung und das müsste man sich wirklich mal ausrechnen, wie viel das bringt. So, zum Beispiel 4% und wahrscheinlich sind das später so 20% mehr. 20% mehr Erfahrung. Warte mal. Ich habe da gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Wenn das später auf Stufe 5 meinetwegen und wenn es nur 10% mehr Erfahrung sind, werden es wahrscheinlich sein. 10% mehr Erfahrung bis Level 30 10% sind 3 Level. Das wären 2 Level. Ne. Das lohnt sich tatsächlich nicht. Weil wir müssten 5 Fertigkeitspunkte investieren. Das sind 2,5 Level. Wir hätten vielleicht im Endeffekt einen Fertigkeitspunkt mehr. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn es sich halt nicht lohnt, ist es total scheiße. Man bekommt zwar mehr Erfahrungspunkte, um dann hier mehr rein skillen zu können. Vielleicht obwohl. Warte mal. Da gibt es ja Ich denke gerade so drüber nach. Ihr merkt das schon. Das zieht das Ganze in die Länge. Es gibt ja hier Steigerungspunkte, die man pro Level auch bekommt. Vielleicht ist das doch gar nicht so doof. Dass man anfangs vielleicht nicht so, aber halt mit der Zeit auch, wie bei Gedankenlesen, mal ein paar Punkte reinsetzen, wenn man immer mehr Erfahrung bekommt. Da hat man im Endeffekt vielleicht für 3 Level hier drin investiert, aber man hat trotzdem noch für 2 weitere Level Steigerungspunkte. Was extrem gut sein kann. Ich glaube das nämlich. Schlösser knacken ist wieder so eine Sache mit der Zeit. Wenn sobald ich denke mal anfangs werden wir tatsächlich auch einen Punkt hier reinsetzen und uns nochmal die Schlösser hier im schwarzen Eber angucken und sobald wieder mehrere Truhen kommen, die wir nicht öffnen können, packen wir da wieder einen Punkt rein. Halt mit der Zeit. Und verstauen. Ja, müssen wir mal gucken. Ist wieder so eine Sache irgendwann mit der Zeit, wenn wir mal mehr tragen müssen, aber naja. Dann können wir das erweitern, aber wir können ja halt auch einfach mehr handeln dann. Oder ich kann das halt off-skemen machen, mehr handeln. Mal gucken. So. Und wo setzen wir den zweiten Fertigkeitspunkt rein, den wir noch haben? Ich würde tatsächlich sagen, Betäubungspfeil, oder? Oder was sagt ihr? Wie gesagt, das hier brauchen wir noch nicht, weil die Gegner haben nicht viel Rüstung und das hier, ja, wir machen noch nicht so viel Schaden, das heißt, die Prozente bringen uns auch nicht so viel. Da wäre eine Betäubung anfangs für den Bossgegner, glaube ich, gar nicht so schlecht. Deswegen, eins in Schloss knacken, eins in Betäubungspfeil, bin ich mit zufrieden. So, hält. Die Steigerungspunkte. Die Steigerungspunkte. Und es tut mir leid, das sind jetzt schon, glaube ich, 25 Minuten Folge. Die Steigerungspunkte machen wir am Anfang der nächsten Folge. Und damit hoffe ich, es ist jetzt noch sehr viel Gelaber gewesen, aber ich möchte uns das alles mal näher bringen hier. Um auch nicht blind in dieses Spiel reinzulaufen, daher zu sagen, oh, hätte ich doch mal das genommen. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge für mich hättet, natürlich gehe ich dann auf die Kommentare ein. Und wenn ihr sagt, nee, ey, das ist total blöd. Oder, ähm, nee, nicht sagen, dass ein Spell wirklich total blöd ist. Das wäre sogar schon so ein bisschen spoilern, sondern mehr so, guck dir mal den Spell genauer an. Und vergleich den Spell mal mit denen mehr. Und denk an das und das. Dass ich mir Gedanken dazu machen kann. Aber nicht so unbedingt sagen so, ja, nimmst du das, 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 das. Das ist, keine Ahnung. Spoilern. Ich will ja auch nicht, allgemein nicht, dass ihr spoilert. Naja. Damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es sind jetzt wirklich keine 40 Minuten oder so. Aber ich denke mal eine halbe Stunde. Das war eure Socke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.